hey meine freunde und willkommen zu einem neuen display von mir heute gibt es mal pokémon go und ich dachte mir so für die ein oder anderen wäre das richtig nice und irgendwie funktioniert mein display nicht wenn ich dieses komische video anfangen zu starten jetzt geht es doch wieder geil also für die einen oder anderen unter euch seid ihr bestimmt voll im pokémon go waren und habe mir gedacht ich zeige euch mal so was ich für pokémon habe also ich laufe jetzt nicht rum und fangen pokémon das mache ich an einem anderen tag weil wir haben es jetzt echt spät und ich muss gleich noch nach hause gehen also ich bin nicht zu hause ich bin irgendwann abklingende ecke und chillen in der nähe von zu hause also wenn man sich so hier anguckt ich wohne wenn ich jetzt so ungefähr sagen würde vom kompass aus wenn der kompass halte nach norden zeit ist ja nur wo also wo wo bedeutet westen oder osten in einer von den beiden richtungen wohne ich jetzt müsst ihr euch vorstellen ja wo denn da in die richtung sind ganz viele wohnhäuser und da in die richtung ist ein wald und wohnhäuser aber kann ja sein dass ich in die richtung wohnen oder das kann auch sein dass ich in die richtung aber manche häuser werden ja auch nicht auf der karte angezeigt zum beispiel in der ganzen straße hier sind häuser und die zeigt keine häuser aber egal lang genug geredet ich zeige euch mal so was für pokémon schon habe pokémon sorry leute falls ihr nicht wisst warum es pokémon heißt und auch die mehrzahl davon pokémon ist eine übersetzung und pokémon bedeutet taschenmonster und deswegen taschenmonster bleibt taschenmonster so das sind alle pokémon die ich so gefangen habe bis jetzt so ne so ganz einfach so blablabla und mein stärksten pokémon pokémon boah leute ich verzeihe es echt weil ich hasse das eigentlich auch meine stärksten pokémon sind so flammare magma erodactyl oder wieder auch im ausgesprochen wird kokowaii taubers und elektrik das sind meine stärksten pokémon die ich zurzeit habe bin erst level 18 und ja habe 130 pokémon selber erfahren meine medaillen und so ne wir gehen jetzt mal den pokédex und dann gucken wir mal so bis wir alles an pokémon schnappen dieser samen glomanda shiggy raupi safkorn hondon kunkunner bibo taubi safkorn nidoran zweimal also weiblich und männlich pipi wulpix pummelwurf hier zu bad geubert mir mirapala genau oder wieder ausgesprochen wird paras blutzug omot miauzzi entern fukano kaputzel kaputzi apra ich möchte kadabra haben und auch simsala konfensa techter den tasche kleinstein georg bonita hier fleckmann genau europe slimer muschers nebulak und halbter bugger traumato und hypno jetzt bin ich rausgegangen wo mein handy wieder am hängen ist ich bitte um verzeihung ich ist schon spät abends ich komme gerade von der arbeit krapi und kass habe schon gefangen spaß kokowai und ovai und das sind halt so alle pokémon die ich bis jetzt gefangen habe 60 worden 60 60 gefangen 60 gesehen halt sind so meine pokémon und ja items habe ich auch nicht wirklich viele würde ich mal so sagen nur noch zwei tränke supertrank ein 15 hypertränke beleber 14 rauch ein 54 pokébälle 9 super bälle 30 chemibären und halt solche sachen und problem ist bei mir dass ich eigentlich immer so auf aränen gehe ich selten pokémon fange deswegen habe ich auch so selten wenig bälle und ich dann ich verschicke sogar also ich lösche sogar manchmal pokébälle also normale pokébälle würde ich niemals löschen krampf ah Leute ich habe gerade einen krampf bekommen ah ah mieser egal ich unterbreche nicht die aufnahme dafür ja das das hat sich alles gerade richtig hart aufgebaut ja ja Leute ich würde mal sagen das war's mit der schönen folge pokémon go äh falls es euch gefallen hat und ähm lasst eine bewertung da wenn ihr mehr von so einem stüssel sehen wollt ähm schreibt es auch in die kommentare ähm dann mache ich auch mehr davon vielleicht würde ich auch das nächste mal rumgehen und ein paar pokémon fangen oder arena kämfe machen ähm und abonniert mich falls ihr das noch nicht getan habt dann kriegt ihr auch immer eine bestätigung wenn ich ein neues video äh geladen habe heute kam ja auch ein video war mir jetzt den 9 heute kam ja auch ein video mit äh kein bock mehr echt jetzt so heißt das video aber weil ich am anfang gesagt habe ja skywars ist schön skywars ist lustig und alle haben bock drauf weißt du so und ich habe keinen bock auf skywars weil ich hasse eigentlich also minecraft hasse ich nicht an sich aber ich finde dieses ähm spielen richtig scheiße also skywars und ich habe gerade whatsapp nachrichten bekommen das ist nicht gut skywars und so an sich ist scheiße ich würde eher badwars oder luckyblock battles und so vorziehen und da ist eine tüte auf dem bunten am liegen warum auch immer ähm wie gesagt Leute falls es euch gefallen hat lasst eine bewertung da wenn ihr mehr von dem stüssel sehen wollt schreibt das in die kommentare ähm abonniert mich falls ihr das noch nicht getan habt und zeigt den kanal eurem freunden verwandten äh familien damit ihr mich auch abonnieren können und falls ihr das noch nicht wusstet die ersten 100 abonnenten bekommen von mir ja bekommen von mir ähm ein gaming shirt umsonst also ich entwickle ja auch t-shirts jetzt selber bekommen ein gaming shirt von mir umsonst Leute ich würde dann mal sagen das war es spontan mit der aufnahme Leute haut rein und tschüss alles man das weib